Oh, was machst du das immer? Immer schön als Absuchen, Mädels! Wer schießt? Wer macht das? Oh, warum heik denn jetzt die? Und da oben sind sie hoch. Und ich komm nicht mehr zurück und ich hab den schwule Sniper. Klasse! Ja, hier kannst du es gut gebrauchen, das Sniper. Na, da hat die die mir dahinten. Dicke. Krieg mir das mal. Okay, da oben Heli, da hinten läuft einer. Ich schmeiß nicht ne Granate. Mit L2 gedrückt halten. Ey, da kommt der Käfer. Lu, was machst du? Granaten reinschmeißen. Ey, ich werf da oben mal ne Granate rein. Der hat doch Boom gemacht. Aus der Deckung kann ich... Ne Granate. Hör Odi mit deinem Omega-Schild. Netzlos, ich kann irgendwie keine Granate werfen. Ach, das muss grün sein. Oh, fuck. Implusion, Warp-Kette. Was ist das denn? Oh, Kopf zerplatzt. Hübsala. Ich war's. Okay. Ach so, ich glaub hier draußen. Die Container. Da kommen schon die nächsten mit Snipern. Oh, die haben wirklich Sniper, verdammt. Ach, Insel-Sicht rein, Mann. Sniper, Sniper. Schmiegel. Wollt denen auch nicht helfen. Ich muss mal hier rumliegen. Waffen, Waffen, Waffen. Was liegt denn hier? Sniper will ich nicht haben. Schmiegel. Oh, jetzt hier hinten steht alles durchsucht oder was? Guck mal. Du, du, du. Alter, ich will immer Stick rein drücken, um zu rennen ey. Nein, da brauchst du x- Achso, das sind meine Sniper. Die hier liegen hier, da ist ne System. Okay, sonst ziehe ich hier nichts. Ich bin mit dieser 7-Jugger ganz zufrieden. die Gründung der Gründung der Gründung der Gründung sind so so eine semi Prozent Sniper die sind ein bisschen mehr an als die normale okay GDS halt die Böse aus dem Klangwerfer der Toten kommt ruf müssen wir Angst haben in der Suche Sprüche ein reichen Kinder haben über 5 0 hier habe ich mich ab 2 war der Hälfte drüben drüben ich bin irgendwo tot dies genau hinter dem Alter war er meinten vor allem sei 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 es wird hier ohohohoho Am besten wegrollen, wenn ihr es nahe kommt. Ja, ja, ja. Ach, und hinten habe ich einen schönen erwischt hier. Und hinten, ne, am besten? Ja, ja, ja. Ja, ich schieße gerade die ganze Zeit auf den Tank. Oh, hat er mich aber weggescht. Geil! Ja, genau. Geil! Ich hatte Flammenwerfer gemopft. Geil, kannst du die Waffe nehmen? Steuerung, halte Dreieck während einer... Was? Also ich habe den mit den Granaten irgendwie noch nicht gecheckt. Halte während du auf schwere Waffe Dreieck. Was? Ich soll die schwere Waffe nehmen, sagt er mir hier. Ja, steht nur die Steuerung. Du musst es nicht nehmen. Bei mir steht es auch dort. Okay. Gut. Vorsicht. Er schmeißt ja wieder Granaten. Nee, ich habe es irgendwie noch nicht gecheckt mit den Granatenwerfen. Nur L2 drücken. L2 halten und dann wieder loslassen schießen. Und dann wieder loslassen, ne? Ja. Ja. Ich drücke immer noch Viereck, ey. Hebe dir das doch auf, Onkel. Geht doch gleich irgendwo weiter. Ja, es geht doch weiter. Kommt doch. Du siehst du mir am Dreck. Wer brennt? Wer brennt? Komm mal, 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 komm mal. Keine Viper und hier, meinst du hier rein? Hier. Ja. Weiter, dann mal rin. Verleuchte. Oh, folg unserem Flammenwerfer. Niemand bleibt zurück. Niemand bleibt zurück. Habt ihr das gehört? Kann ich schießen? Oh, kann doch schießen. Oh, jetzt bekommen wir wieder fein, fein Sachen. Oh, Sir, ohne taktische Unterstützung ist das hier selbst. Ich hab nix bekommen, oder? Oh, ich berate mich mit unserem Klienten über die Vorgehensweise. Bis dahin hat die Sicherung möglichst großer Teile des Arsenals oberste Zielgegeben. Ah, cool, diese Unterbrüche. Ach, doch, auf, mach das. Ich fühl mich, als würden wir in die Schlacht von Alamot ziehen. Nein. Okay. Und jetzt wieder bestimmt zu mir. Hey, Jais, ich grüß dir was, ich geh dazu. Ja, ja, ja. Onkel, kannst du die Gedanken lesen? Wer die größte Waffe mit dem Kleben-Penis hat, steht nach vorne. Bitteschön. Dann, bitteschön, du hast den Kleben-Penis. Aber halt nicht so eine große Waffe, aber du hast den Kleben-Penis. Ja, wenn die Transformatoren ein, dann solltest das System neu starten. Nehme die Zelle. Ist cool. Manche Leute können bloß mal manche Sachen machen, oder? Dann müsst ihr mich schützen. Ja, dann bleib hinter uns, irgendwie so, wo ihn da oben. Du bist so, wie Schützen rennt weg. Denn ich würde sie da rinnen bringen. Ja, doch, aber auch keine Zeit. Doch, aber auch keine Zeit. Ja, aber doch, aber keine Zeit. Doch, aber auch keine Zeit. Ja, aber auch keine Zeit. Doch, aber auch keine Zeit. Ja, aber wie, wie komme ich in das Menü? Start? Ach, Start. Start und Fähigkeit. Hallo? Ah, hier. Ja, bin gerade dabei. Blu, ich hab ihn doch schon verbrannt. Stimmt. Oh. Was willst du denn noch? Oh, gehst du sie weg. Ich wollte den ganzen hier treten. Gehst du sie weg. Gehst du der Flammi weg. Oh, cool. Immer noch schön absuchen, ja. Wenn irgendwo war schön rum, nicht hier. Seilrutsche anbringen. Hier liegt zum Beispiel wieder ein Geheimdokument, Mädels. Das habt ihr wieder ja gar nicht gesehen. Ich glaube, ich hab was gefunden. Ja, dann holst du doch. Das macht doch gar nichts. Solange jetzt einer holt. Ich hab jetzt. Was denn? Okay. Odin übertreibt das auch erst. Warum? Was macht Odin? Er hat den Flammenwerfer gemopst. Ja, er kommt zum Silidon, die Dings durch. Mit dem Flammenwerfer. Was ist denn der? Den lässt der automatisch vorne rollt. Nein, den lässt der. Was ist denn der nach vorne rollt. Den lässt der automatisch feilen. Wann ich nicht. Na gut, hier ist doch gar nichts mehr. Jetzt lass uns mal hier hochkletteren. Ein Ruf in Tresor 6, Tresor 17, Tresor 31. Ein Ruf in Tresor 14, Tresor 31. Aber über Odin-Megger, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Da sind die Richtigen. Ja, genau Crash da drüben. Er wartet mal auf Crash. Er muss noch. Er muss sich noch abseilen. Sich oder ist abseilen. Komm mal, komm mal. Oh, du kannst mit dem. Du kannst mit dem Schild. Ach nee, du hast geschossen. Ich hab geschossen. Oh. Ja. Ah, der schießt halt auf die ganze Fläche. Ich komm aber nicht weit damit. Müsst du das auch dann mal aufwerten. Kannst du die Waffen auch nochmal extra aufwerten? Ja. Stand vorhin jedenfalls irgendwas mit Waffe aufwerten. Irgendwie da irgendwie. Keine Ahnung. Also ich hab bloß diese Agenten-Skills, aber nicht die Waffe aufwerten. Ja, eben. Und dort meinst du das. Ja, da kannst du ja Rüstung und Waffe. Steht doch dort auch. Ich denke mal, du tust doch bloß deine... Fertigkeiten sozusagen, Waffen-Skills. Ja. Bereit? Rationstockwerk höher schon? Ja. Ah, da müssen... Mit der Tür müssen immer zwei Mann machen, ne? Ja. Das hat gerade rein gar nichts gebracht, oder? Ich hab extra die Hand drauf gehalten. Ach, wieso? Ich dachte, du hast das Mikro ausgeschalten. Oh, hallo, da steht... Wir sollen die unbemerkt ausschalten. Wir sollen die unbemerkt ausschalten. Wir haben den jetzt gleich wieder draufgeballert. Deswegen neif ich doch gerade den Vogel hier die ganze Zeit. Ja, aber das kannst du jetzt wieder vergessen. Ja. Irgendjemand dachte ja, er muss einfach mal losballern. Ich war's nicht! Na, dann scheint's ja, als Blue gewesen zu sein. Ja. Blue ist los und Huckley ist alles abgeballert. Oh, fuck. Alter, ich hab hier so ein komisches Ding. Und ich kann nur mit der Pistole schießen. Aber ich hab diesen Kanister jetzt, äh, nach hinten geholt. Alter. Komm schon, 3. Wir sind Stufe 4. wer macht denn immer die kreiseln da wer ist denn das bist du das crash nee das ist diese ding hier diesen dieser kanister dieser kanister der hier rumsteht die kreiseln das was jetzt gerade war das ist die waffe von crash oder von wo die von mir hier rein oder was nee da haben wir es rausgeholt da vorne müssen wir es reinmachen glaube ich dahinten da hier rechts achtung helfe du kannst mich nur mit mit der pistol schießen die pistol geht aber eigentlich so übel ist die ja nicht so ok ich habe es eingeführt nur an den linken einführen und so du und irgendwann schön einzusammeln der bestimmte trophäe geben wenn blu nicht los hier waren wir die pistol ist geil ja die geht gut rein weil die macht einen schaden ich war halt langsam aber die schade bis zu löst wird um anrunden mit pistol rumrennen aber hier hinten ist irgendwas vergessen warte mal hier oben ich sehe Goldbau und ich sehe Goldbau und wo wo hier oben auf der oberste auf der obersten tage ach da oben stimmt da blinkt weil ja wie kommt es denn da hoch ach da hinten leider und die andere Seite ist auch noch was kann man drüben jemand da geh ich auch gerade hin ich will mal kurz was ausprobieren kommt mal her kommt mal kurz her Ena und guck mal ob jemand jetzt die Leiter hochgehen kann wenn ich hier an der Leiter stehe nö ok gut wäre auch Quatsch wie soll denn das funktionieren ja kannst du blocken wow kannst du Spieler trollen super so so wie kann ich jetzt meine Waffen verbessern ganz die Waffen nicht verbessern boah alter alter bäm oh ich liege am Arsch äh am Arsch am Boden ich liege am Arsch kommt ihr mal da hinten raus Leute ihr werdet beschossen äh Odin du wirst beschossen ja ich bin gerade dabei hier ja ich komm raus dir was beschossen Punkte zu geben ja und aber du wirst beschossen 이어lle geil die Pistole ist cool ja finde ich auch die Pistole ist echt cool macht spaß gerade durch diesen Einzelschuss hier hast diese kleinen große Käfer wow Whoa die Millie ich k Simi ich wusste grad sagen einfach Millie die Dinger weg uns themed ich habe sie weg ich haue sie weg ja weghauen und wegrennen Odin ist schon wieder im Dreck warum kannst du eigentlich nicht sagen schlagen warum sagst du Mili Mili, müsste ich ohne warum ich immer Mili sagen Odin, jetzt musst du mich drüber retten oder? Ne, ich bin weg das ist der Vogler wieder boah, ich bin jetzt nicht im Sack von den Sünden diese scheiß Klingkäfer, die gehen hoch ich kann sie gar nicht so einfach weghauen wenn man nah genug an den ersten Geld treibt, dann gehen sie hoch ja, renn weg hier Feiglinge oh, ne, erstmal durchsuchen Zelle abzusetzen, was? Konsumfeld bleibt, was? drücke Dreieck, um die Zelle abzusetzen was? jetzt hat, äh, achso die muss er da drin bringen wo, wer hat jetzt die Füßzelle? wer hat, achso, habt ihr schon gemacht? hallo, gib mir mal ne Antwort ne, wo sind die? keine Ahnung die muss man wohl wahrscheinlich erst noch holen und dann in den Generator vielleicht ist sie, vielleicht ist sie in diesem Bereich hier vorne ja hier drin oder was? nö wo ist denn hier? ich denke, die ist oben hier ist nichts, das ist in dem zweiten Bereich da glaube ich weißt du? oder kommen wir hier durch die Tür vielleicht? ne, hier kommen wir durch wir müssen hoch, oben hat er mir gerade was angezeigt oh, oh, da oben, na, da ist er schon wieder da ab, die Luzi ups oh, Kanada wow die, die Pistole hat noch so geile Waffenzone, ne? boom, boom ja, zumal ist es nicht nur so einfach nur so Bratzen, sondern was anderes Todhalle, ja ne Todhalle nicht nur Bratzen hier gerade, hier ist er nur Bratzen ne, na, Onkel will schon wiegt das meine nicht nur einfach nur Dauerfeuer und das ist ja eben muss bisschen zielen ja, ich würde mir trotzdem Auto-Aim wünschen hier wieso? ja, so ein bisschen, wa? so ein bisschen Auto-Aim wäre nicht schlecht ja, so eine leichte Unterstützung wäre schon nicht schlecht ja ja, aber man kann ja nicht alles haben sammeln? vielleicht ist der bei den Einstellungen noch drinne da musst du schauen wir halten eben die Zelle ja, du hast sowieso die Pistole von daher rauscht Gameplay, hier ist wieder Wegpunkt immer aktivieren ne, Loot an Hilfe Hilfstext an Leute kommen da unten schon viele Umrüster ein Bildschirmhelligkeit EP ja Uli, wir werden schon wieder beschossen nicht genau ey, du bist ein Künder weicht, alter das hat er auch, das macht er auch bei Dings ey, du kannst aber schöne Headshots verteilen, oder? bei bei Infestation fand ich das lustig steht mitten auf der Straße und tut seinen Rucksack auslärm ich denk auch, ey, geht doch hinten ins Gebüsch, Junge ja was passiert mit denen da unten? ja eben, ist mir auch gerade das bloß Waffe ja die fangen irgendwie an zu leuchten und dann zerbersten die die implodieren steht, äh, steht mal da unten im Blut Geh in Deckung Geh in Deckung, Chris Ich kann nicht in Deckung gehen mit dem Ding Da steh ich irgendwo ein Ecken Jetzt hab ich jetzt das Ding abgelegt Scheiße ich bin blank oah hahaha wie hießen wir gefetzt hat Hälter Vater, ist wie so ein schwarzes Loch, ne? alles klar oh 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 hinter uns? oder was? ok, Crashenergie sieht nicht mehr gut aus Alter, hier ist noch jemand oh, naja, da vorne oh konzentriertes Feuer auf dem Platz oh jetzt hat die Eitel hier euer Ding abgelegt ich kann wirklich nicht rennen, ich kann nur nie mal rennen mit dem Ding das ist nicht so schweres ja, ja boh 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 ha 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 warte